Sinja, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale beim 36. Stuttgarter Stadtpokal. Es war ein ganz schön enges Ding. Du hast drei Satzbälle am Stück abgewehrt, bei 4,5, 0,40 im zweiten. Wie hast du das gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß das echt selber nicht. Ich habe ja jetzt schon einige Dreisatzmatches hinter mir und ich habe mir gedacht, jetzt nochmal drei Sätze. Das brauche ich nicht unbedingt. Ich habe einfach alles reingelegt, was ich konnte und zum Glück hat es dann auch echt gut funktioniert. Ich habe aggressiv gespielt und habe mir einfach die Punkte geholt. Du spielst jetzt morgen im Finale um 14 Uhr gegen Katharina Hobgarski, eine Deutsche. Die hat im ersten Halbfinale in drei Sätzen gewonnen gegen Kutschmova. Hast du sie schon mal gespielt? Kennst du sie? Wie bereitest du dich auf morgen vor? Ich kenne sie. Ich habe noch nie gegen sie gespielt, aber ich weiß, dass sie eine sehr gute, erfahrene Spielerin ist. Ich werde einfach versuchen, mich heute Abend noch zu regenerieren und dann morgen einfach schauen, was geht. Ganz locker ins Match reingehen. Und genau. Wir freuen uns auf morgen. Wir freuen uns auf ein tolles Finale. Um 14 Uhr geht es los morgen und danke dir. Danke. Danke.